Was ist das? Okay, das ist der Bitch Slap Contest. Wer zuerst 10 Bitch Slaps gekriegt hat, der hat verloren. GoPro an. Und es wird nach hinten ausgewichen, in keine andere Richtung. Warte. Eins, zwei, drei. 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 Nein! Okay, du fängst an. Warte, bin ich richtig? Du musst noch ein kleines Stück zurück können. Top. Du hast hier einen Punkt. Oh, Mann! Scheiße. Drei. Ne, vier. Fuck! Ja! 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 Wieso? Eins, zwei, drei. Ja, das war fast ein halber, aber der zählt noch. Vier. Ah! Was heißt das jetzt? Die Halben, das haben wir vergessen zu erwähnen. Kamera eins, Kamera zwei. Wenn es so ein halber ist, dann darf ich weitermachen, aber es ist kein Punkt. Also vier. Ja. Ja. Ich versuche mal höher zu ziehen. Sorry. Fünf. Ah! Fuck! Fünf zu vier für mich. Ah! 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 Sieht voll draus. Ja, ich wollte ja ein bisschen Geschwindigkeit haben. Fünf, fünf. Oh! Alter! Ah! Ah! Sechs! Ah! Ah! Scheiße! Ah! 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 Ich war so sicher. Sieben, sechs. Ah! 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 Neun, sieben. Matschball! Matschball! Ah! 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 Scheiße! Ah! So, das war jetzt zehn, sieben. Ja! Ja! Es ist rot, Alter. Das ist so das dämlichste Format, was wir haben. So richtig schön, stumpf, Dildo in die Schnauze. Sehr geil. Ah! Ah! Komm, der ging noch. Mach nochmal. Ah! Ah! Du Assi! Ah! 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 Wir haben jetzt hier dieses leicht angeknackste Ei. Wir werfen das jetzt, wir scheißen das über die Scheiße. Und bei wem es zuerst bricht, der hat von Hohen. Auch noch knapp über die Scheiße scheißen. Wie fühlt es sich an? Ja? Alter, es reißt auf jeden Fall mehr. Ah! Das ist noch? Was ist da noch? Naja. Na jetzt, wenn ich es drehe. Das war nicht, wenn du was... Das ist noch und es läuft ein Übel zur Wachsen. Ja, das ist, weil ich es gedreht habe. Das wäre doch gegangen. Du hast verloren, Junge. Also er hält ja immer lieber hier, aber ich bin der Meinung, das ist besser. Alter, das war übelster Kiefer und nicht die Wange. Mach schon mal an, ja. Ey, also was ist denn jetzt? Wann hören wir denn auf? Na, wer zuerst zurückzuckt oder halt aufhören sagt oder was weiß ich. Der hat verloren. Und du darfst schmörgeln, wie du willst. Schmörgeln, wie ich will. Ich dachte, wir schmörgeln nach Schmörgelnregeln. Nein. Ist das Schmarrn, Scheiße? Scheiße. Ist. Okay, also wir schmörgeln uns jetzt gegenseitig. Das wird die most homo challenge ever. Und zwar hier, ne, Schleifpapier von einem offiziellen Enthaarungsschmörgelkissen. Und wir schmörgeln uns jetzt fett die Beine kaputt. Und wer zuerst zurückzuckt oder sagt, aufhören, der hat verloren. Und das wird richtig warm, glaube ich. Und danach werden wir schön aalglatte Beine haben. Genug der Vorrede. Also fangen wir jetzt an. Das wird so geil, hoho. Du sagst wieder auf die Plätze, fertig, schmörgel. Auf die Plätze, fertig, schmörgel. Ah! 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 Geh auf! Ah! 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 Schmörgel! Das ist überhaupt nicht schlimm. Was, bei dir nicht? Was? Ah! 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 Willst du mich marschen? Das ist überhaupt nicht schlimm. Ah! Ah! Alter! Du hast nicht blutig geschmirkelt! Na und, was nennst du das? Das habe ich nicht gesehen beim Schmirkeln. Ah! So, ich habe die Folge verloren. Ist das an, ja? Ist das scheiß an hier? Ich habe die Folge verloren. Muss jetzt mein Schicksal wieder auswürfeln mit dieser wundervollen Karte. Ich habe das hier ein bisschen geändert. Die aktuelle Entfernung ist scheiße. Das steht alles in der Beschreibung. Also, an welches Körperteil? Vier. Brust-Bauch. Hatten wir ja schon mal. Machst du erst sagen, was du würfelst. Das wäre jetzt Entfernung zwei Meter gewesen. Entfernung. Zwei. Ein Meter fünfundzwanzig. Ach so, ja, das Letzte. Das Letzte. Wie oft? Fuck! Fünfmal. Oh, wie ich mich am Freuen bin. Hast du schon dran? Ja. So, mach fünf Schüsse, bitte. Ich bin mich übelst am Freuen. Oh, du Assi! Voll wegen Bauch und Brust. Oh, schön vor die Lippe. Der war mehr auf den Hals. Oh, noch vier. Do it. Der war noch human. Der war noch human. Oh, es wird sofort rot. Instant. Ah, Mann! Eine solle Pussy. Der war schlecht. Oh, meine ganze Bauchdecke ist am zucken, Alter. Wie viele waren das? Drei oder vier? Vier. Oder willst du noch mehr? Nee, einer noch. Hast du schon Angst? Nein. Okay. Ah! Oh, Alter. Das sieht doch echt ordentlich aus, oder? Oh, der eine vor die Lippe. Halt die Fresse. Das war für damals. Guck es dir an, Mann. Wie blau das schon ist. Da hatte ich einen blauen Fleck danach. Er wird auch blau hier. Das kannst du wissen. Du warst viel näher dran damals. Nein. Ich seh übrigens gut aus mit dieser Beziehung.